Salzburg ist ein begehrter Boden für hochrangige Persönlichkeiten, auch für Staatsoberhäupter, freuen uns natürlich besonders, dass der Staatspräsident von Frankreich heute kommt, auch die Ministerpräsidenten von Tschechien und der Slowakei und so eine tolle Werbung für Salzburg. Wir bemühen uns sehr, dass die hohen Gäste sich wohlfühlen, betreuen sie gut und ich denke, das wird eine schöne runde Sache werden. Untertitelung des ZDF, 2020